Dieser super günstige Ford C-Max Trend EcoBoost mit guter Ausstattung könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Streher garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Touren erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gehört auch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem C-Max schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford C-Max Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie den Wagen Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Abonnen. Und dabei Videos